Nummer 15. Das geht ja nicht so lange, so lange wenn wir gehen. Vier Bälle. Sieben Punkte sind das. Also vier Bälle über eins, zwei, drei Banden in dieses schlaffierte Feld, wollte ich gerade sagen, also das ausgelegte Feld mit den kleinen Tüten. Die Kugeln dürfen nicht reingehen. Sie müssen alle vier da zum liegen kommen und sie müssen alle vier in Bewegung sein. Es darf jetzt nicht gewartet werden, bis die erste da liegt. Also eins, zwei, drei, vier. Wenn ich die vierte anstoße, darf die erste noch nicht liegen. Richtig, genau. Die müssen uns alle noch in Bewegung sein. Ja, dann wollen wir auch mal gucken. Erster Versuch. Oh, die war eins verhungert. Und die drei verhungert. Ansonsten waren sie schon schlecht. Ja. Die waren auf dem Weg. Ja, richtig. Und sie dürfen nicht ins Loch gehen. Das ist ja das Problem. Aber... Gut. War der Versuch. Oh, die haben eins passt. Das sieht nicht schlecht aus. Das könnte... Oh... ...nicht reichen. Nein. Sehr ehrlich. Ich nehme mal den von meinem Zehn-Punkte-Versuchte, wie wir beide hier meinen. Okay. Ach, das war ja klar, dass das wieder kommt jetzt, ne? Ja, ja. So, so. Dritter und letzter Versuch. Ja, das könnte was werden. Hauptsache es geht keiner rein. Oh, 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 oh. Glück gehabt. Dritter Versuch. Sechs, fünf Punkte. Ja, fünf Punkte. Ist ja die Hälfte deines Rückstands schon wieder aufgeholt. Ja, klar. Ja, das musst du erst mal schaffen. Ja. Das ist schwer. Drei, zwei, vier. So, viel Glück. Oh, die drei verhungert. Ich denke mal, die verhungern alle. Ach, Gott. Zu wenig Dampf. Ja, ich bin halt ein sehr schüchterner, zurückhaltender Mensch. Ganz genau. Zweiter Versuch. Ja. Oh, eine rein. Oh. Oh, die liegt noch drin. Die liegt noch drin. Ja, die liegt noch drin. Ja. Das sind sechs Punkte. Das kann nicht wahr sein hier. Geht doch. Ich habe Lauf. Nächster Stoß. Zack, zack. Keine Zeit. Wollen wir nicht mal eine Pause machen? Nein. So, Trickshot Nummer 16. Sechzehn mit Siebpunkten? Ja. Also, ich spiele die blaue Richtung Eckloch mit der weißen. Die weiße mit dem Stockball sollte liegen bleiben. Bevor die blaue da hinten ankommt, spiele ich dann mit der weißen, die rote und die gelbe aus dem Weg. Und dann soll die blaue fallen. Schöner Stoß. Ja. Für siebpunkte. Ich bin gespannt. Ich auch. Das war etwas toll gespielt, die blaue. Ja. Da hat sich nicht mehr viel Zeit. So ein schöner Stockball allerdings. Ich war auch so begeistert von meinem Stockball, dass ich das noch ein bisschen gefeiert hatte, bevor ich weitergemacht habe. Schade, schade. Schade, schade. Dann drückt ihr natürlich die Daumen. Ja. Yes. Das kann nicht wahr sein. Schon wieder was. Schau mal. Ja, ich gebe dir immer eine Chance, einen Punkt drauf zu holen. Sechs Punkte. Sechs Punkte. Boah. Das gibt es doch gar nicht. Hier geht irgendwas nicht mit rechten Dingen so. Mein Kühl ist weg. Das liegt an dem neuen T-Shirt. Ja? Definitiv. Das ziehe ich jetzt auch nicht mehr an. So. Der Verhunger, da brauche ich gar nicht. Ach ja. Du lachst. So, so. Erster Versuch, ne? Ja, jetzt weiter. Das ist sehr ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Jetzt musst du aufpassen, dass der Handstand nicht zu groß wird. Ich bin ja sehr leid. Ja, 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 ja. Komm, Backe. Schon wieder. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich habe ja auch hier ein Handicap. Ja, du hast ja Heiko schwer verletzt. Ja, ja, ja. Das zeigt sich heute natürlich. Ah. Ach so, ne, du hast es ja gar nicht geschafft. Das war ja schon der dritte. Ja, ja. Das habe ich denn hier für dich auch. Hatte grabet. Das war ja schon.